Herzlich willkommen bei Assetto Corsa. Wird wieder mal Zeit ein bisschen zu fahren hier. Ich habe eine Strecke entdeckt, Türkisch Grand Prix Istanbul V2 mit dem Auto, mit dem hier Ferrari 296 GT3 von 2023. Vollbild kann ich leider nicht machen, sonst crasht das Spiel. Früher ging es, jetzt ging es nicht mehr. Ich wünsche viel Spaß. Eine Strecke, mehrere Autos. Let's go! So, wir werden dann verschiedene Autos noch fahren. Oh, wie krass die lenken, das ist ja direkt. Verschiedene Autos, verschiedene Klassen. Ist da Licht an? Nee. Okay, lass uns probieren hier. Oh, 150? Nee. Darf man nicht so früh bremsen, oder? Ist irgendwie voll direkt, das Ganze. Am Hut habe ich ein bisschen rumgespielt, das sind noch einige Sachen, doppelt und dreifach. Ich wollte ursprünglich das Gran Turismo 7 Hut drauf tun. Ich habe es drauf, aber ich kann es irgendwie nicht deaktivieren. Da muss ich nochmal schauen, das ist bestimmt witzig. Und dann wollte ich mir noch ein eigenes Assetto Corsa Hut basteln. Aber da funktionieren ein paar Sachen nicht, die ich in Content Manager reinhau. Vielleicht muss ich das Ganze mal neu installieren. Aber jetzt einfach mal ein Stein genug gebastelt. Die Tage mal ein bisschen Strecken rausgesucht. Und ich habe auch schon zwei Ausnahmen gemacht auf zwei Strecken, aber nicht zu verwerten. Kein Spiele-Sound und OBS gecrashed. Jetzt mache ich das Ganze halt nochmal. Aber mit anderen Autos. Und auch andere Strecken dann. So weit rauskommen? Ach du Scheiße. Und ich freue mich. Ich lag die letzte Woche flach. Fieber, Schnupfen, Erkältung. War fix und fertig. Hatte mich trotzdem mal eine Stündchen hingesetzt, um eine Folge aufzunehmen. Leider kann ich, wie schon gesagt, die zwei Assetto Corsa Folgen nicht hochladen. Ist halt scheiße. Man hört nur mich. Kein Spiele-Sound. Bei COD habe ich die paar Minuten hochgeladen mit ein bisschen Musik. Das geht. Aber wenn man nicht das Cruisen hört vom Auto und dem Motor, ist doch auch scheiße. Oh. Oh, wie direkt die Steuerung ist. So, okay. Jetzt mal schauen. 105 mal 100. Ich weiß es mal bei 100. Erste Kurve können wir vielleicht so rein. Ich finde die Strecke ja nicht sehr nice. Okay. Indiz zum Bremsen hier. Weiß ja nicht genau. Nichts auf der Strecke. So. Und wenn ihr die Strecke kennt, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Mir hat die jetzt nichts gesagt. Also nicht, dass ich jetzt wüsste. Ja, und ich fahre jetzt mal wieder mal ein paar Strecken mit ein paar Autos. Die werde ich dann hochladen. Und vielleicht schaffe ich es mal ein Rennen zu fahren. Aber ich mag das ja zu strecken. Autos testen. Das haben wir ja schon früher in Assetto Corsa gemacht. Das haben wir schon früher gemacht. Die aktuelle Staffel 1 läuft noch, wo wir mit den ganzen Jungs gefahren sind. Sehr, sehr geil. Macht Spaß, wieder mal anzuschauen und reinzuschauen. Flimmern tut es ein bisschen. Weiß nicht, ob es bei der Aufnahme auch so ist, aber bei mir flimmert es ab und so mal. Das habe ich eben schon beim Lenkradtest gesehen. Aber da hatte ich mal Licht und anderen ausgemacht im Spiel und dann ging es wieder. Vielleicht passt das bei mir mit diesen ganzen Shader-Patches und SOL nicht und so. Oh, ich habe eh den neuesten Custom-Shader draufgetan. 020, der ist noch antestet. Vielleicht wieder auf 179 runter. Ja. Auch wieder ein bisschen WRiS Sports WRC gefahren. Die Folgen findet ihr auch auf dem Kanal. Aber noch andere Sachen probiert, renntechnisch. Da muss ich noch schauen. Wow. Leider ist meine Zeit immer sehr, sehr begrenzt, was das Fahren angeht. Steißbein und Rücken tut mich noch sehr, sehr... Quälen zusätzlich zu meinen Füßen. Da habe ich jetzt noch mehrere Termine. Weiß nicht, warum das Steiß macht. Von der Vogel einfach gesagt, zack, du tust weh, hast nie wieder auf. Hatte ich schon einige Termine mit Röntgen, mit MRT, mit was weiß ich, oder CT. Weiß nicht genau. Natürlich bin ich über die Jahre fetter geworden, halt keine Bewegung. Wenn man nur essen und Tabletten, wird man dicker. Aber... Da habe ich auch zum Doc gesagt, das soll ehrlich sein. Wenn ich fett bin, bin ich jetzt fett, soll ich es mir sagen. Das weiß ich ja selbst. Nur war das halt sehr, sehr komisch. Kann es sein, dass man sich von heute auf morgen entscheidet, oh, jetzt tue ich weh. Einfach so. Und hör nicht mehr auf. Das ist sogar sechsten Gang. Das Flimmern ist komisch, ne? Weiß nicht, ob ihr das seht. Manche Flimmern-Sachen sehe nur ich bei dem Monitor. Gefühlt flimmert auch manchmal, wenn ich im Browser bin, wenn ich das drin bin. Aber sehr geil. Ich freue mich, immer fahren zu können. Und momentan läuft auch alles. Noch. Und fahren ist immer super. Ich habe mir da angeschaut. Unsererster, du folgen die Alten noch ein bisschen. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein. Scheiße, Mann. Wie lange wir da am Stück gefahren sind, ey. Wann? Hallo? Ach so, vorwärts, ja. Jetzt hat es. Spiel müsste, glaube ich, mit der Lautstrecke passen, oder? Ich bin schon lauter ein bisschen. OBS ist das Spiel grün. Ich bin gelb bis rot. Aber bei so gewissen Motorsäuren ist es immer schwierig zu sagen. Auto? Äh, ja. Sehr, sehr direkte Lenkung. Sehr, sehr direkt. Stabil auf der Straße? Ja, schon. Nur zu hektische Lenkungen tun trotzdem das Heck. Kommen lassen, habt ihr ja gerade gesehen. Und hier die Kurve. Die letzte. Vielleicht mehr einlenken hier. Oder früher einlenken. Keine Ahnung, was gut ist bei 100. Ich habe immer so einen Richtwert. Bei 100 km kann man, äh, 100 km, klar. Bei 100 km kann man mal bremsen. Mal schauen, was passiert. Ich vergesse mich zu schalten, aber weil ich auch nicht am, am Limit bin. Ich habe noch ein, zwei Rangames getestet, die ich sonst nicht probiert habe. Habe auch ein paar Aufnahmen gemacht, aber nichts wirklich Relevantes zum Hochladen. Wenn wir dann demnächst mal schauen, wenn ich dann noch ein paar andere Sachen probiere. Ja. Fühlt sich interessant an. Fahren wir noch eine Runde. Fahren wir noch eine Runde. Schauen wir uns dann mal die Zeit an, die wir gefahren sind. Und dann können wir ja von Auto zu Auto vergleichen. Je nachdem, wie die Autos dann sind. Forced Feedback. Ich spüre die Straße. Ich spüre jede Unebenheit. Es geht da nicht. Die Strecke ist ziemlich glatt, sage ich mal. Trotzdem merkt man einige Unebenheiten. Auch hier das Bergab und so. Oha, das ist auch nicht ohne. Hier, Zug ist zu krass eingelenkt. Oh. Gegen korrigieren. Die Delta-Zeit, die ist ja direkt im Spiegel drin. Da habe ich jetzt hingeschaut. Den Schritt hätte ich vorher hingeschaut, hätte ich vielleicht mehr anstrengen können. Hier. So, ich weiß nicht genau. Oha, okay. Cut. Macht nichts. Beste 1,59, 25, 5. Und da bleibt es, glaube ich, dann auch jetzt hier. Da ist mein eigener Geist. Äh, das Flimmern ist echt, echt wild. Ich werde gleich mal, ähm... ...den anderen Custom Shader nutzen. Okay, Reifen sind schön warm, passt alles. Setup weiß ich nicht. Ach, da habe ich mir dieses Ding runtergeladen, wo man so, wo man so, das habe ich auch erzählt in der letzten Aufnahme, muss ich nochmal alles erzählen, ähm, wo man so Setups tauschen kann. Es gab schon mal so einen Versuch, das wurde aber geschlossen. Man kann jetzt so Setups tauschen. Boah, bei Custom Strecken, Custom Autos ist es schwierig. Aber im, ähm, in der Box kann man sich das anschauen. Habe ich die Taste für die Box? Denk schon. Hier. So, wenn ich jetzt auf das Zahnrad gehe hier, Setup, dann ist hier Setup Exchange. Dann, wenn Leute was hochgeladen haben, kann ich es mal runterladen. Okay, dann gehen wir mal hier raus, dann haben wir das erstmal getestet. Das Auto hier, Ferrari 296 GT3, beste Zeit, 1,59.2, theoretisch möglich 1,58.8. Courage, ORECA FLM09 Chevrolet, ui, von 2009, da können wir mal reingehen. Ich glaube, das ist okay, lass mal so. Uiuiui. Falls irgendwas mit, äh, Hybrid oder so ist. Oh, das ist so leicht, Force Feedback, kann ich eh nicht umstellen. Weil diese, diese Taste habe ich nicht belegt. Oh Gott. Das ist voll leicht hier, Force Feedback. Force Feedback ist generell, glaube ich, im, im, Frontend Manager auf 90 Prozent gestellt. Warum ist diese, warte mal. Let's go. Let's go. Ich glaube, es tut es schlimmer, tut es nicht mehr. Aber Force Feedback ist sehr leicht. Generell ist Force Feedback auf, glaube ich, 90 oder 100 Prozent gestellt. Im, in Fnatic Tool. Ja, auf 90 Prozent sehe ich gerade. Im Fnatic Tool und im Kasten. Shader Dings, äh, Content Manager auch. Das ist so leicht. Oh, oh. Ey, ich kann, also ich habe gar keinen Widerstand, Alter. Okay, ich war jetzt noch mal im Menü drinnen. Und habe im, im Fnatic Programm auf 100 und im Content Manager auch auf 100 gestellt. Force Feedback. Aber ich habe kaum Widerstand hier. Das ist so, so strange. Ich kann halt, ich kann halt so nicht lenken. Ohne Widerstand. Ich, es vibriert, es funktioniert so weit alles, nur ich habe keinen Widerstand. Ich spüre auch die einzelnen Unebenheiten. Aber Widerstand nicht da. So leicht kann das Auto noch nicht sein. Aber das, das Ding ist krass, spüre ich alles. Nur die Stärke, wovor es Feedback liegt. Wow, wow, wow. Ich weiß, ob es so realistisch ist. Mit dem gefilmt ist das Flagg jetzt doch noch. Okay, es geht immer so, es wird heller und dunkler. Machen wir Licht an. Also die Force Feedback-Effekte sind geil. Ich spüre richtig Straß. Es sitzt noch sehr sehr tiefes Auto, aber kein Widerstand. Ja, ich denke, ich fahre mit dem nicht. Oh, das passt doch nicht. So, dann nehmen wir als zweites Auto den Mercedes-Benz 1G GT Black Series von 2020. Oh. Oha. Was denn das für ein Ding? Sound auf jeden Fall sehr sehr dumpf. Downshift Protection. Okay. Der ist ja gut bei 57. Okay, Entschuldigung. Was ist denn das hier? Ist das ein Straßenfahrzeug oder was? Oh. Power hat das. Oh mein Gott. Bei 100 Bremsen. Oh, ich muss mehr bremsen. Okay. Das Sound ist wild. So dumm. Gut, servieren in den Ohren. Das ist auch so, gell. Oh, hier sitzt man sogar höher. Voll geil. Ne, das ist ja auch Schmutz. Digga. Ne. Müll. Gut, dann fahren wir als nächstes mit dem BMW Z4 GT3 CF. Die Lautstärke bei dem Auto nochmal runtersetzen. Ich glaube, das ist immer noch sehr laut. Aber ich hoffe, das passt in der Lautstärke. Okay, dann zweites Auto hier offiziell. Let's go. Jetzt wieder ein GT3, oder? Z4. GT3 CF oder so. Was auch immer das genau heißt, CF. Custom Foundation. Oh, der fühlt sich gut an. Der ist strong. Den hatte ich, glaube ich, auch in meinem ersten Testvideo. Wo der Sound nicht ging. Stimmt, den wollte ich euch zeigen. Hatten aber nicht aufgeschrieben. Aber da jetzt zwei Autos nicht gegen mich aufgeschrieben haben, habe ich jetzt immer den genommen. Okay. Ja, nice. Der fährt sich echt interessant. Wow, okay. Ich kann mir sogar schon den Sechsen schalten, aber geht kaum weiter mit der Geschwindigkeit. Wissen Sie nicht, wo ich bremse. Oder 150. Und okay, erste Runde geschafft. Die Kurve sieht man gar nicht, ey. Aber nice. Haut hin. Ich bin froh, dass ich ein zweites Auto gefunden habe, was funktioniert. Scheiße. Und da ist schon das Gauss-Kar. Die Sau. Über 50. Das sind die nächsten drei Linkskurven. Ja, also die peile ich halt gar nicht. Boah. Ist so am Rutschen hier. Aber soll ich noch langsamer fahren? Noch früher bremsen? Okay, hier hoch. Boah, das wirkt schon sehr, sehr glatt. Oh, da ist der Geist. Scheiße. Zu defensiv, die letzten Kurven. Sonst hätte ich ihn schlagen können. Ich glaube, ich bin mit dem anderen 1,59 gefahren. Aber geile Strecke. Ich habe gerade überlegt, vielleicht bremse ich Anfang Curb. Links kommt ein Curb, vielleicht da bremsen. Dann hier so rausgeschleunigen. Aber voll drauf einlassen. Die Strecke wiederholt sich ja auch irgendwie. Jetzt schon Vollgas. Komme ich noch hier richtig raus? Diese Passage erinnert mich irgendwie, glaube ich, in Spanien oder so. Keine Ahnung. Jetzt die längste Kurve. Wie soll ich denn die nehmen, Alter? Oha. Oha. Delta 2,4. Okay, das ist krass. Schau mal, wo wir es denn versauen, wa? Oha. 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 Nix da. Wir tragen den Scheiß nach Hause. Wir sind nicht Beta. Wir sind Gamma. Kappa. Let's go. Boah. 2,5 Delta. 1,58.5. Krass. Das nur wegen den zwei Kurven hier. Geil. Boah. Racing Beste. Hier. Hier dachte ich mal, wo bremse ich links, sind die Curbs aufgetaucht. Dann habe ich gebremst. Da habe ich die Curbs zumindest gesehen. Kriege ich das hier so raus? Weil hier kommen ja wieder enge Kurven. Nicht so gut jetzt genommen, glaube ich. Aber hier müssen wir eh wieder langsamer werden. Das wird den Curbs zwar gut, aber ich habe vorher gebremst. Kurve 3. Oh. Entschuldigung. Ich glaube, hier kann ich noch eine Menge mitnehmen. Lol. Die Zeit. Da muss man, glaube ich, gar nicht viel bremsen und lenken, oder? Boah, die Strecke finde ich saugeil. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der Strecke halten könnt. Vielleicht könnt ihr sie auch nachfahren, wenn ihr Bock habt. Ihr seht ja, was für Autos ich hier habe. Ich wollte schon sagen, ich verlinke die. Mal schauen, ob ich sie finde. Hab die auch nur im Internet gefunden. Und durch den Champion Joe, der hat ja viele Autos in Strecken vorgeschlagen. Aber die Strecke habe ich selber gefunden irgendwo. Keine Ahnung. Und jetzt go. Nochmal besser. Hab mir einige Mod-Vorschläge vom Champion Joe angeschaut. Das ist schon ein cooler Typ. Noch besser. Lol. Okay. Und ich glaube, das Auto war auf jeden Fall dabei. Schon so besser von außen. Von innen zu fahren als von außen, oder? Hier. Echt super. Auto, super Strecke. Huch, muss festhalten. Wenn ich jetzt hier die Curbs links sehe. Ja, ich muss schon ein bisschen vorher bremsen. Boah, super geil, Mann. Ja, und so ist der Assetto Corsa. Man kann sich viel zusammenbasteln. Bin hier auf Assetto Corsa 2 gespannt. Ich sparen auch natürlich. Und schon Vollgas, oder? Ja. Nein, nein, nein. Boah. Okay, ich wollte gerade fahren. Boah, sehr nice. Geiles Auto. Geile Strecke. Noch viele Runden wird man besser. Krass. Aber ich probiere noch ein Auto aus. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. 1,57, 9. Krass. 2018 Ginetta G60 LTP1. Mal schauen, ob wir mit dem was anfangen können. Und Action. Jo, jo. Okay, 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 okay. Mit der Ruhe. Ich muss bei dem jetzt wieder lauter stellen, oder was? Go. Oh, okay. Auto ist auch ein bisschen leise. Ich habe es da lauter gemacht, auch nicht zu laut. Also Widerstand ist bei diesen Autos von Forrest Feedback ja gar nichts. Ist das so, dass sie so leicht sind? Jo. Ich spüre alles auf der Straße. Es wird aber Widerstandes kommen, da beim Lenken. Oh, nicht vergessen die Kurve. Du kacke. Okay. Oh. Hey, ich weiß nicht. Wenn kein Lenkwiderstand da ist, ist es seltsam. Wer weiß, vielleicht ist es bei den Autos so. Forrest Feedback ist ganz an jetzt. Oh. Ja, es macht nichts. Wenn ich schneller fahre, habe ich mehr Widerstand. Jo. Bei den ersten Aufnahmen noch ein paar Mods gezeigt, die ich installiert habe. Wenn ich jetzt den Tasten drücke, spule es zurück, dass ich die gleiche... Falls ich die Kurve scheiße fahre, einfach nochmal fahren kann. Die Zeit läuft weiter. Falls das Auto beschädigt ist, bleibt es beschädigt. Aber irgendwie spult ist rückwärts. Oh, ich muss langsam bremsen loslassen. Ja, komm, ohne Widerstand, denke ich, habe ich so ein Depp. Ist so. Ist das an? Nee, ist nicht an. Okay, die Sachen, die ich letztens probiert habe, sind gar nicht mehr an. Macht nichts. Bisschen vorsichtiger fahren jetzt. Ich kriege es nicht hin, dass es gar nicht rutscht. Jo, aber das ist auch ein Feeling hier. Wie sage ich so schön, Hauptsache Racing. Was habe ich früher mal geschrien? Keep racing and see on the track. Ja, bin ich auch das Motto, ob ich scheide es nicht mehr an, ist immer so dämlich. Irgendwie ist es eine andere Zeit jetzt. Okay, langsam Bremse loslassen. Oh, scheiße. Ja, ich habe Bremse losgelassen, das ist blockiert. Aber wie wild kommt denn diese Strecke auf einmal her? Also 100 ist, glaube ich, zu spät mit dem auch. Ich hoffe, ich habe gar nicht auf die Geschwindigkeit geschaut. Wunderbar für Geschwindigkeit hier. Und soll ich eigentlich die Kurve so eng fahren, soll ich davon ausnehmen, die letzte? Das ist irgendwie wie bei Texas die Kurve, die letzte. Also die würde ich schon eng fahren, damit ich hier voll reintreten kann, den Körb mitnehmen und schon Vollgas. Hier würde ich mich so am Körb orientieren, denn ich habe keine andere Orientierungsposition, da das geht so komisch nach oben bergauf und ich sehe auf der rechten Seite nichts. Kann man hier so eine Line finden und dann durchgehen? Oh, ich muss das Lenkrad festhalten. Na 150 schon Bremsen. Ja, okay, ist dann viel einfacher. So 150 habe ich jetzt. Oh, ich darf das Lenkrad nicht loslassen. Das ist so viel, gefühlt nur Schlaglöcher hier. Okay, aber es sitzt ja auch sehr tief das Auto, ist ja klar. 150 kommt jetzt. Vielleicht bei 130 dann da. Oh, ich habe nicht eingelenkt. Einfach nicht eingelenkt, nur weil ich es nicht gesehen habe, die Straße. Auf was kommen wir? 141,711. Fäger. Festhalt Main hier. Boah, ich habe nur ein bisschen... Boah, krass. Boah. Was ist jetzt? Motor aus? Ich wollte nur ein bisschen mehr riskieren. Schon war ich ripp. So, eine Runde will ich danach noch fahren, eine schöne. Und dann passt das mit dem Auto wieder. Ist okay. Kann man machen. Ich weiß nicht, ob Force Feedback so richtig ist. Könntest du mir dann in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. Ob kein Widerstand sein soll zum Lenken. Wenn das Auto schneller wird, kommt ein bisschen Widerstand. Unebenheiten, Vibrationen spüre ich komplett. Auf der Straße, aber der Widerstand beim Lenken ist halt nicht da. So sowieso, ob ich so Servo hätte. Oder was ich noch machen kann, ist umzustellen. Okay, eine feine Runde noch. Schon wieder fast verbremst in der ersten. Hier habe ich mit dem GT3 so viel Zeit gewonnen. Hier schon wieder, ne? Hier, zu schnell und zu schnell runtergeschaltet. Beides. Aber beschleunigen tut ja. Was ist das eigentlich? Ist das LMP-H? Das LMP-1-2? Ich wusste am Anfang lesen. Ich glaube LMP-1 oder so. Okay, Geschwindigkeit ist krass. Imagine, wir sind sogar mit diesem krassen Fehler noch unter unserem Geiste. Könnten wir noch so viel besser werden? Na klar, wenn man noch mehr Runden fährt und so. Aber ich will euch halt immer mit dabei haben bei den ersten Runden. Erste Mal die Strecke, erste Mal das Auto. Mit der Strecke habe ich es jetzt nicht ganz geschafft, da ich ja die Aufnahme nochmal machen musste, wegen doppelt, mehrfach Crashes. Aber die Autos war außer der BMW das das erste Mal. Okay, 1, 41, 7, 11. Okay, nice. Dann haben wir das auch getestet. Der 2018 Ginetta G60L. Okay, 1, 41, 7. Okay, Formel Auto will ich auch testen. Ähm, 2023er Ferrari. Testen wir mal. Schauen wir mal, wie der ist auf der Strecke. Let's go. Let's go. Auch mal Formel 1 testen hier. Uiuiui. Der ist aber auch so wie der andere von der Lenkung her. So kein Widerstand. Okay. Oha. Können wir damit die Zeit schlagen vom anderen? Okay. Ich hab halt kein Widerstand. Wir fahren zum Testen. Sieht doch den Geister. Komisch am Lenkrad. Aber egal. Wird schon passen. Können Sie auch in die Kommentare schreiben, was für Autos ihr sehen wollt. Auf verschiedenen Strecken. Wenn ihr Bock habt. Und wenn ich das zusammen gebaut kriege, dann machen wir das. Jetzt pauschal bei 100. Okay. So ob da gar keine Kurve wäre. Hier nicht 8 Gänge. Okay, doch. Rollput. Okay, ich kann später bremsen mit dem. Na klar. Bei 100 halt. Kerstin DS habe ich nicht kontrolliert. Keine Ahnung. Keine Tasten dafür. Aber es verbraucht ja Kerstin. Was macht denn der Geist so weit vorne? Jetzt müssen wir mal die Ideallinie einschalten. Zumindest bei am Anfang glaube ich sehe, wie man das fährt. Irgendwie mache ich das hier das mal anders. Yo. Ja, haben wir die Ideallinie an, jetzt holen wir sogar den Geist auf Teilweise ein. Einfach scheiße. Nur so cheap mit Ideallinie. Wer hat gesagt, sogar noch früher bremsen? Hey, ich wusste, ich hätte nicht... Stopp! Oh mein Gott! Ich wollte halt früher Gas geben, um noch vor den Geist zu kommen, aber kann ich nicht. Einfach hack mich gefickt, ey. Und auf geht's, komm. Jetzt zieh das Runde. Mal zu schauen mit Ideallinie, wie fährt man die? Also die doch ganz eng. Okay. Jetzt hier meine ich jetzt die nächste. Jetzt fahr ich, fahr ich, fahr ich, fahr ich, fahr ich. Okay. Bremse ich hier und fahr. Ja, so... Ja, okay. Hier raus nach draußen. Dann die ganz eng nehmen. Und gar nicht so... Oh Gott, das Heck. Okay, okay. Ja, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Kann ich jetzt hier schon Vollgas geben? Das ist komplett Barcelona. Turn 4 oder so, weiß ich nicht. Auf 5. Boah, ich hab schon wieder so früh Vollgas gegeben, aber... Hat geklappt diesmal. Macht auf jeden Fall eine Menge Laune. Und wenn ich lang und viel sitzen könnte, würde ich hier viel fahren und rumprobieren. Ihr seht es ja bei der Folgen am Cut nicht. 1,37,6, wie oft ich Pause machen muss. Wie lange so eine Session eigentlich in Echtzeit geht. Aber geil. Hier bei dem Curb. Langsam orientieren. Dann hier hin. Nach außen tragen. Und dann hier sogar innen nehmen. Ich muss gar nicht so weit raus hier kommen. Jetzt gehe ich da sofort nach rechts wieder. So mittig der Strecke bleiben. Und hier geht es eh links. Geht es links links wie bei der anderen vier links. Ich finde es nur komisch, dass die einzelnen Plugins oder Mods sich installiert haben. Besonders das Zurückspul, was ich euch auch zeigen wollte, nicht funktioniert. Durch Installation anderer Mods ist anscheinend rausgefallen. Oder es braucht wieder neue Keybinds. Ich habe so früh Gas gegeben. Aber diesmal im dritten Gang. Ach, der Gang. Ich weiß nicht, ob das lohnt. Und das ist mittlerweile so, ich schotte, dass ich am Anfang voll Bremse. Und je langsamer wir fahren, je weniger die Gänge sind, desto weniger Bremse ich dann. Oh, sogar noch besser. 1,37, 0,2,6. Ich habe meinen eigenen Geist geschlagen. Super. Hier darf ich nicht so weit rauskommen. Ich gebe jetzt schon Vollgas. Ich muss gleich schauen. Wenn rechts der Körb kommt, noch nicht bremsen, auf links warten. Hier und dann hier. Ein bisschen raustragen lassen. Dann hier. Na, boah. Scheiße. Das ist zu früh geschaltet in den zweiten. Das hätte vielleicht gar nicht in den zweiten schalten sollen. Boah. Alter, 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 alter. Okay, nochmal probieren. Aber Formel 1 schon krass. Ich weiß nicht, wo die Maus ist, dass das Ding da hinten sein muss. Also am meisten Spaß hat mir der Z4 gemacht. Der BMW. Und jetzt ist Formel 1 Auto. Formel 1 E Main. Home, sweet home da. Und Rienling ja geil, aber der BMW war auch cool. Also Chasen konnte die einzelnen Zeiten. Muss ich mich so zurückhalten mit dem Gas? Das ist Baselona, Digga. Boah, krass. Ich muss nur mal kurz loslassen. Spät geschaltet hin achten. Sehr spät eingelenkt. Noch versucht zu bremsen, ohne dass ich rutsche. Nochmal verbessert. Ich mache Vollbremsung. Ich schalte runter. Und falls mich hier runter schalten, lasse ich die Bremsung ein bisschen mehr kommen. Weil wenn du so vollbremst, anscheinend im zweiten Gang bist, dann ist es eh vorbei. Das macht schon Laune. Wahnsinn. Oh, zu vergessen. Ja, okay. Gut, dann haben wir das auch mit dem Auto. War geil. Geil. Interessant. 1,36, 8, 2, 9. 20, 23 Radical SR3 XXR. Ich glaube, wir sind mal schon mal irgendwann gefahren. Auf der Nürburgringschleife. Nordschleife, da. Wieso bin ich nicht früher auf diese Strecke gekommen? Ich habe schon überlegt, dass ich feste Autos nehme. Oh, ja, okay. Ich hatte schon überlegt, dass ich feste Autos nehme für gewisse Strecken, aber doch nicht. So, zweiter Versuch. Ja, genau. Okay. Langsam fahren. Auch hier so irgendwie kaum Widerstand. Und Vollgas. Bei GT3 hatte ich Vollwiderstand. Beim Lenkrad. Okay, wo Bremsen machen wir bei 100. Kann nie schaden. Ob ich denn überhaupt in den zweiten gehen muss hier. Halte ich mich mal an diese Formel-1-Läger von vorhin hier so hoch. Und das habe ich ja schon mit dem Ding auch gehabt. Zweiter Gang. Boah. Boah. War, glaube ich, zu schnell. Ich glaube, das hat ist erstmal nur Beta. Will ich vielleicht noch ein bisschen umstellen. Aber ich habe so viel wieder rumgepobelt, rumprobiert, dass ich die kostbare Zeit, wo ich überhaupt sitzen, noch aufstehen kann. Nicht nur für das nutzen möchte ich nur, dass wir mich auch ein bisschen ins Gefahren hier mit euch. Und dafür passt das Interface schon. Das ist so weird, das alles nochmal zu sagen. Ich habe auch die Track Description an. Bei manchen Strecken steht auch der Name der Kurve, nicht nur die Kurvennummer. Und da dachte ich, da lerne ich dann ein bisschen. Jetzt ist Turn 11. Ich habe keinen Gang mehr. Ich dachte mir, okay, wann schalte ich jetzt? Aber Alter, geht gar nicht. So, 2,6. Hatte ich mit diesem GT3 nicht irgendwie so 1,59? Bin ich ja auch nicht so weit weg. Okay. Ist der Scheißgeist in mir, oder was? Also ich finde die Strecke krass. Sehr viele verschiedene Arten von Kurven. Schnell, langsame. Auch H-Nadelkorve. Ist auch dabei. Achso, nee. Das ist die Kurve. Stimmt, hätte ich ja gleich. Anders nehmen können. Die nächste muss ich enger fahren, glaube ich. Hier bergauf, beschleunigen immer wild. Egal mit welchem Auto. Nehmen wir nicht ein bisschen enger. Fahren eine langsame. Die auch. Über 20% Gas, glaube ich. Kann ich nicht geben, sonst bin ich weg. Trotzdem ist es über 2 Sekunden besser. Passt. 2,4. Ich merke jetzt wieder, wie wichtig, dass es Bremsen ist. Ich glaube, Bremsen überwiegt so heftig allem. Bremsen sind irgendwie um 70% wichtig. Bremsen irgendwie Gas geben, Strecke kennen. Bremsen ultra krass. Boah, das macht auch so Laune. Und bei dem Auto muss man sich eben wirklich, muss man nicht mehr die Luft anhalten. Und wirklich sich zusammenreißen. Darf es ja nicht übertreiben. Das ist cool. Kann ich hier im Dritten bleiben? Ne, ich verliere Zeit. Ich schätze mal, das war eine sehr, sehr, sehr schlechte GT3-Zeit, dass ich da schon an 4 Sekunden rankomme. Ich gefahren bin. Nochmal verbessert. Geil, Mann. Macht auch super Laune mit dem. Okay, nice. Dann haben wir das geschafft. Wir sind gefahren hier, Turkish Grand Prix Istanbul V2 mit mehreren Autos. Sehr, sehr geil. Hat echt Laune gemacht. Damit kommen wir zum Ende dieser Folge Turkish Grand Prix Istanbul V2. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.